Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 79. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu den Petitionen mit der Drucksache 19-2092-47. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der LINKEN, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der CDU, der Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt und die AfD. Damit ist das einstimmig angenommen.